So, und jetzt kommen wir zu den VIPs, nämlich zu den Teilnehmern an Kinofilmen. Captain America im Jahr 2011. Wir haben nicht nur das Flugzeug hier aus dem Film, nein, wir haben auch den Piloten hier, der das Flugzeug im Film geflogen hat. Mitgespielt im Film haben Robert Redford, Samuel L. Jackson und eine nette Dame, Scarlett Johansson, war auch wunderbar. Ein echter VIP und wir bekommen die wunderschöne silberglänzende Beach 18 jetzt hier vorgeflogen. Es ist nicht das Flugzeug, was hier gerade am Start steht. Das ist eine North American T28 Pro Jahr mit 1400 PS. speed 19. 18. 19 Uhrilothen Ein echteresfelder Ein echteresfelder Ein echteresfelder Little Sie erinnern sich, die T6 heute Morgen sagte ich 2400 Kilo schwer und die T28 bringt knapp 4 Tonnen auf die Waage. Aber natürlich auch bei fast zweieinhalbfacher PS-Leistung. 1954 für die US Navy gebaut. Jetzt bin ich gleich da hinten für die Steine. Vielen Dank.